Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielraum-Top 5-Ausgabe. Mein Name ist Christoph Bostel, bei mir sind die Herren Patrick Bottele und Matthias Hauser. Servus. Und passend, oder so halbpassend, zum christlichen Götzenfest Weihnachten... Passend zum Patrick und Matthias. Nein, nein, passend zum christlichen Götzenfest Weihnachten. Sprechen wir heute über unsere Top 5 Fairies. Genau, Fien! Auf geht's! Auf geht's! Mein Platz 5 ist eine Fairy, die nicht gespielt wurde, weil sie eine Fairy ist, sondern eine Fairy, die gespielt wurde, weil sie einen Goblin enttappt. Er ist nämlich Tritzknilch. Sehr geil. Pestermatt. Genau, Pestermatt. Ja, ist halt für das Kombo-Potenzial, sei es mit Kiki-Chiki, sei es mit Splinter-Tween. Ja, mit Splinter-Tween sich selbst enttappen. Ja, dafür da ansonsten sehr unspektakulär. Ich meine, man kann es natürlich auch im Tempo-Play spielen, was mal zutappen. So ist es nicht. Das war halt der zweite Gameplan des Gags. Das war der verzweifelte Gameplan des Gags, ja. Secretly war es der erste Gameplan und alle haben immer ja sich angeschissen vor der Kombo und sich gegen die Wildmuss verstanden. Alle haben immer einen Move laufen lassen und du haust einfach mit Pestermattieren. Die letzten Inkarnationen von dem Deck hatten halt so Tamogives und so zwei bis drei Splinter-Twins noch. Ja, aber das war das Problem halt. Du hast halt sowohl gegen den Creature-Plan was machen müssen, als du hast halt nie selber was machen dürfen, weil du hast dich austauscht. Richtig reitig. Ach, die originale Polizei. Mein Platz 5 ist schon auch dafür gespielt worden, dass es eine Fee ist, aber auch oft einfach für den Effekt. So, also das war, ist auch früher oft eine Sideboard-Karte gewesen, man sieht es jetzt einfach kaum noch. Es ist Sour of Temptation, hat auch ein tolles Artwork. Man muss überhaupt dazu sagen, von den acht Karten auf der Liste, fünf plus drei Honorable Mentions sind sieben aus dem gleichen Block. War halt auch ein Fair-Block. War halt auch ein Fair-Block, ja. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Drei. Ihr Hater. Also Sour of Temptation, coole Karte. Wie den Commander immer noch ab und zu gespielt. Also, ja. Coole Karte. Coole Karte. Jetzt sagt er schon bei seiner eigenen Karte. Wenn mir sonst nichts einfällt. Nein, ist aber auch eine schöne Karte. Eine coole, unschöne Karte. Mein Platz fünf. Habe ich viel zu oft gespielt, weil ich sehr biased bin. Glenilandra ArcMage. Ist einfach ein guter Beter, der halt auch einen Counter-Effekt hat und dann kommt er wieder. Ich habe viel zu oft dagegen gespielt. Ich hasse dich dafür, Ritchie. Das zweite. Der Ritchie. Ja, ich habe auch so einen Ritchie, denke ich mir. Das ist so eine schöne Karte zum Spielen. So eine Karte, wo einfach ein korrekter Effekt drauf ist und dieses Persist ist einfach eine, so eine feine Ability gewesen. Stay mal Countern. Ja. Ja, sehr nett. Sehr gut. Mein Platz vier ist eigentlich die Oberfee und ich weiß, der Matthias wird irgendwo auf seiner Liste Ona haben, aber die Ona ist nicht die Oberfee, weil die Oberfee ist eindeutig in Nebelklick, Nebelbandklick, weil Nebelbandklick die Champion ist einer anderen Fee und ist folglich der Champions der Fees. Außerdem war sie dein Hauptgrund, warum dieses Feenteck damals so lästig war. Es war alles schlimm, aber in deinem Zug Nebelband, die Mistbandklick zu fressen, dich austappen zu müssen und dann hast du gewusst, jetzt bist du schon wieder tot. Einfach gute Karte. Ja, es gab ein paar Counterplay, aber nicht wirklich, weil dieses Champion ja nicht targetet. Das heißt, du hast eine Fee gekillt, einen anderen gechampiont. Gute Karte und halt die Oberfee. Ich finde es sehr schön, Counterplay ist der springende Punkt. Es gab wenig Counterplay, weil du hast einfach Counter-Fairies gehabt, nämlich Spellstarter-Sprite. Das ist eine so unscheinbare Karte, aber wenn dein Counter-Spell halt einfach auch noch eine Kreatur ist, das ist schon sehr sick. Vor allem hat es dann auch mit Mistbandklick immer witzige Interaktionen gegeben, wo du eine Spellstarter-Sprite gemisstbandklickt hast und dann, wenn du das Champion irgendwie beseitigen hast können oder die Mistbandklick, ist auf einmal noch einmal ein Counter-Spell rausgehupft. Also, die war schon auch ein sehr, sehr triftiger Grund, warum dieses Fairy Deck damals so stark gewesen ist. Auch in Xenet gespielt worden, ist auch in Pauper immer noch eine Karte. Ist ja eine Zeit lang im Modern probiert worden. Ja. Mein Platz 4 ist relativ neu. Der Patrick hat vorher off-camera dagegen gehatet. Es ist Brazenborrower slash Patty Theft ist natürlich sehr gut aufgrund des Effektes, aufgrund des Adventures, ist aber ansonsten einfach auch, der Typ Fee ist halt auch relevant. Fee braucht meiner Meinung nach nur in irgendeiner Edition einen kleinen Push und ist wieder da für Modern beispielsweise. Also, da fehlt gar nicht so viel. Das ist immer Fringe-Playable. Brazenborrower ist Legacy-Playable. Seed in Legacy-Play. Nicht? Ohne Highlander-Bestesformat. Also, wenn ich jetzt da gleich ein Callout bekommen habe. Ja, ich habe Brazenborrower off-camera gehatet, weil du spielst Brazenborrower nicht, weil du eine 3-1 Flash hast. Du spielst Brazenborrower, weil du ein Pettiseth drauf hast und eine 3-1. Und in dem Argument habe ich sie halt nicht auf meiner Top 5, weil ich sie halt nicht für den 3-1 spiele. In dem Argument habe ich auch nämlich nicht Fair of Wishes auf meiner Top 5, weil die spiele ich auch nicht, weil ich eine 1-4 kriege, sondern weil ich Granted drauf habe. Und mit Granted wäre es, und wenn ich das Granted als wichtig empfinde zur Fee, müsste die definitiv auf der Liste sein, wahrscheinlich in den Top 3. Aber wenn ich sage, es ist ein Granted-Effekt, den ich spiele und nicht wegen der Fee, ist es bei mir auch das nicht auf der Liste. Gebe ich ehrlich zu. Okay, Patrick, anzeige es raus. Passt. Dafür habe ich auf meiner Platz 3 eine sehr coole Karte, die ich viel gespielt habe selber. Ob sie cool ist oder nicht, das beurteilt, wenn du fertig gesprochen hast, ich. Okay, passt. Karte und dann ist meine Überleiter. Okay, passt. Was soll ich sonst sagen? Passt, es ist die Feenwolke. Out of Fairies. Ja, cool Karte. Genau. Aber die spielst du auch nicht, weil sie eine Fee ist, sondern weil sie zwei Länder handelt. Patrick, jetzt wird es aber bizarr. Ja, aber sie, du spielst es halt nicht für den Spell, sondern du spielst es für den Körper der Fee. Den Körper der Fee. Wie sich das anhört. Patrick Cosplay. Fee Cosplay. Nein. Patrick Instagram-Feed nur Körper der Fee. Körper der Fee. Körper der Fee. Du hast designen können, du hast Verländer entappen können, es gab bloß die Kombo-Turns mit ihr und ansonsten war es ja einfach ein Tempo-Player, wo du einfach zwei Spells in einen Zug spielen konntest. Ich habe die damals, wie Urza noch, standard egal war, sogar gespielt. Also, super Karte. Coole Karte. Coole Karte. Danke. Mein Platz 3. Ja, coole Karte. Super, Patrick, dass du auf deine Liste hast. Ich habe es auch lange überlegt, habe es dir da nicht draufgegeben. Mein Platz 3. Der Patrick hat es schon angesprochen, Mistband-League ist oben, weil er mit der so viele Stunts aufführen hast können und sie de facto der Finisher in diesem Fairy Deck gewesen ist. Wie oft man da gesessen ist und es war so, okay, passt, ich entappe, ach, Mistband-Click, ich kann schon wieder nichts machen. Go, und dann kommt so die zweite Mistband-Click und es ist so, okay, passt, danke, vorbei. So wie Krypti, Krypti, Krypti. Oder Kryptics dazwischen, genau. Oder Kryptics dazwischen, halt, ja. Das war, konnte ich den Spell, bounce ich meine Mistband-Click oder es ist eine Space-Star, das Spreite runter und ich bounce meine Mistband-Click und zieh eine Karte, konnte ich das beste, das Spreite und ich weiß so, oh ja, in der nächsten Runde werde ich wieder gemisst bei den Klick und so. Das war schon ein sehr, sehr gutes Standard-Deck. Es hat mir ein bisschen weh, dass ich zu der Zeit nicht so hart gespielt habe. Nein, ich bin sehr froh, dass du das gemisst hast. Das war ein großartiges. Ich hätte das auf jeden Fall rauf und runter gespielt. Ich habe das nie gespielt, ich habe es so gehasst, dagegen zu spielen. Also ich glaube, das ist eines, also es gibt sehr viele Formate mit sehr vielen brokenen Karten. Ich glaube, es gibt wenig Formate, wo ein Deck so viel stärker als alle anderen Decks gewesen ist. Es gab dann gegen Ende dieses Elfen-Deck, was auch relativ gut performt hat, aber Ferris war definitiv das dominante Deck damals in Standard. Ja, du hattest dann schon auch dieses Skrull-Ultimate-Deck, was du ausspielen hast können. Ja, aber das war dann schon in der nächsten Rotation. Entschuldige, ich glaube, du hast Cowblade vergessen. Ja, das war auch sehr gut damals. Aber davor gab es Ferris. Mein Platz 3. ist das einzige Viech, das diese Typen hat, beide. Außer deine komische Kamele-Kolosse. Sprite-Dragons, nämlich ein Fairy-Dragon. Sprite-Dragon ist für mich ein Fairy-Dragon. Schaut Leop aus. Der schaut schon Leop aus. Solange ich sag's, schaut sexy aus, oder so irgendwas passt. Nein, nein, schaut ganz Leop aus. Ist auf jeden Fall eine super gute Karte. Wurde gespielt ab Ikoria. Wird gespielt von Standard bis in hohe Formate hinauf. Habe ich sogar schon Legacy-Listen gesehen. Hohe Formate, Hochländer. Hochländer, ja. Wird auch gespielt. Ja, Overall, einfach eine super coole Karte, super Design. Könnte man sagen, dass es mehr Dragon ist. Für mich ist es eigentlich mehr Fairy. Drachen sind fett, 5-5-Fliegen und Speinfeuer. Der ist klein, lieb und wird größer. Aber es wird auch bald schon sehr fett und hautem Schätzung. Der warme Feuer. Er ist sehr klein und lieb. Das stimmt. Mein Platz 2 ist die Stotterzauber-Sylphide. Also Spellstarter-Sprite aus all den Gründen, die der Matthias schon gesagt hat. Einfach Plus 1. Ich habe lange überlegt, sie auch auf Platz 1 zu geben, weil sie einfach so gut war. Weil sie halt eben in dem Fairy Deck, das damals so dominant war, ein Hauptgrund war, warum das so dominant war. Weil sie eben mit Bitterblossom so stark war und ist. Und weil sie eben auch in Extended und Modern gespielt wurde, in Legacy gespielt wurde, aber alles wurde. Heutzutage ist sie halt nur noch im Pauper wirklich sichtbar. Und insofern, deswegen hat sie es halt gerade nicht auf den Platz 1 geschafft. Aber ich bin noch immer einer der besten Fairies in Wirklichkeit. Einer der besten Fairies in Wirklichkeit, auch wenn der Patrick hart hatet, ist er einfach Brazenbauer. Ja, natürlich liegt es auch an dem Spell. Aber dieses 3-1-Flash-Flying, das ist einfach eine Ansage auch. Also wie oft man einfach mit dem, den einen auf den einen reinflasht, gerade in so kontrolligeren Decks und Match-Ups. Ich spiele das Patty-Tap oft gar nicht, weil ich kein Target für ihn dafür. Du flashst dann einfach rein und es ist so, okay, untapst und jetzt muss der Gegner den beantworten. Und dann, ja, hast du Counter-Magic ab, richtig geil. Das ist eine wirklich gute Karte. Und dass diese Tempo-Decks auch quasi einen Bounce-Effekt als quasi Removal haben, das fehlt blauen Decks ja oft. Und du willst dann aber so, Ansame-Effekt ist immer so, uff, bisschen awkward. und der hat einfach den Bounce-Effekt und einen Threat auf der Karte richtig gut. Ja, coole Karte. Mein Platz 2 ist, der Patty hat das viel zu weit unten ist, Pestamide, ist einer der besten Fairies ever, weil sie mit Kiki-Chiki und Splinter-Twin kommen wird. Ihr redet da komplett falsch drüber. Wir haben ja auch schon gesagt, ist auch eine Tempo-Karte, kann man in einem Tempo-Deck spielen, tappe ich Sachen weg, kann angreifen, wie der Matthias gesagt hat, das ist oft einfach der Tempo-Plan, der bessere gewesen zu Splinter-Twin-Zeiten, Armband-Splinter-Twin an dieser Stelle. Ja, eine sehr geile Karte. Ein lustiges Artwerk, irgendwie. Die haben alle lustige Artwerke, also Fairies haben alle lustige Artwerke. Oder hübsch. Oder lieb. Oder Feenkörper-Sexy. Feenkörper-Sexy, ja. Gerade mal die Willow-Fairy ist sexy, aber sonst fällt mir, glaube ich, kein einziger Fairy an die Sex ist. Die ist grün und sehr alt. Von der Edition her, meine ich. Sehr alt ist sie. Ja, ist auch eine ältere Dame. Alte Fairies. das ist eine ältere Dame. Major Fairies. Wir sind bei den Honorable Mentions. Gilflieder. Gilflieder-Klick. Und meine, zwei von meinen Honorable Mentions haben die Herren neben mir diese Spaßbremsen schon auf Platz 5 gehabt, aber das ist auch irgendwie adäquat, weil bei mir haben sie es halt gerade nicht auf Platz 5 geschafft. Das eine ist Erzmargerin von Elandra-Schlucht, also Glen Elandra-Archmage und das andere ist die Serie in der Versuchung, also Sour of Temptation. Ja, die Serien haben es beide gesagt, warum es so ist. Sour war auch, teilweise ist in Extended gespielt worden und auch in Modern, weil du einfach Kreaturen übernehmen hast können und das einfach schon eine gute Ansage und ein Tempo-Play auch war. Der hat dann das Schmufeldorf wieder gebraucht, dann hat er es wieder zurückgekriegt, aber das hat ihn gekostet und so weiter und halt Glen Elandra zweimal countert auf einem Körper, der noch ein Schei zuhaut. Das ist einfach ein Two-For-One, der dich haut. Ja. Während du so überlegst, welchen Spell kann ich da eine hauen? Ja. Welche zwei Spells kann ich da eine hauen? Genau, das ist einfach richtig gute Karte. Meine zweite nicht aus diesem Blockkarte ist nämlich Skrub-Waldläufer, Skrub-Ranger aus Timespearl, einfach weil ich halt dieses, ich enttappe was, ich habe das damals in Timespearl-Block relativ oft gespielt gegen gewissen Shales und so und es ist einfach eine gute Karte, auch eben Entschuldige, wird der geheißen immer, der mir enttappt hat diesen Fünf-Mana-8-8? Weißt du das noch? Nein, ich habe keinen Fünf-Mana-8-8 enttappt. Doch, ich habe so ein Fünf-Mana-8-8 und der, ich weiß nicht, was man da machen musste, dass man den enttappen kann und der Trick, weil das ist immer mit der Sylphie der enttappt. Okay, ja, weißt du, ich war nicht Fünf-Mana-8-8, nicht mein Style. Ich habe irgendwelche ranzigen Herz-Mana-2-2 enttappt. Genau, solche Sachen enttappt werden. Nein, keine Ahnung, aber ich kann mich erinnern, ich habe die viel gespielt und deswegen habe ich sie sofort gesehen und habe gesagt, die hat eine Honorable-Mansion verdient, weil die habe ich damals sehr geschätzt. Spectral-Force meine Honorable-Mansions, Glenelander Archmage, haben jetzt glaube ich eh schon sehr viel darüber geredet, großartige Karte und der Badek ich glaube, sie ist natürlich auch in meiner Liste bei den Honorable-Mansions, ist die Königin Corona, Queen of the Fae, finde ich eine großartige Karte, ist manchmal auch in Legacy, in Worldgarge Combo-Decks als Swing-Condition benutzt worden, weil du damit den Gegner quasi gemielt hast, beziehungsweise seine Library exiled hast. Ansonsten in Standard, großartige Karte, wenn ihr Geschichten darüber hören wollt, gerne bei Oliver Polale-Rollmann und meine dritte Honorable-Mansion ist Widwende Bittingale, secretly einer meiner absoluten Lieblingskarten, ich liebe das Artwerk, ich finde es ist einer der besten Artwerks in Magic, ich finde diese Käfer, der in deinen Haaren sitzt, das macht das halt einfach richtig leihwand, wirklich eine coole Karte. Meine Honorable-Mansions, wir haben darüber schon gesprochen, es ist Spellstarter-Sprite, habe ich selber sehr gerne gespielt, zwar leider nicht Standard, tut mir auch immer weh, dass ich diese Standard-Formate nicht gespielt habe. Ein Extender, dieses Feindeck mit Chitter, geil. Dann gibt es Fee of Wishes und Granted. Aber Christopher, eine 1-4, wie kannst du die auf deine Liste geben? Bist du, Deppert, wie oft habe ich das gespielt, diese Karte? Als 1-4? Jaja, zuerst, wenn ich ein 1-4 kriege, dann habe ich zwei Sachen weggeschmissen, ob es nochmal gespielt. 1-4 blockt auch gut, muss man sagen, die hat schon sehr viel geblockt. Das stimmt, ich habe wirklich sehr viel. Und in dem Standard-Format mit, wie heißt das, Fires? Ja, Fires of Invention. Fires of Invention. Wir haben es auch bei unserem Pioneer-Gameplay gesehen. Das war so gut. Wo wir halt die gewischt haben und dann halt noch den 1-4, damit mal dann länger überlebt. So geil. Und die letzte Karte, die mag der Matthias sehr gerne, Hushbringer. Hushbringer ist nämlich ein richtig orges Artwork. Der Burgbringer. Das ist so, also das Artwork ist super sieg, wie ich das erste Mal gesehen habe. Was geht ab? Kein klassisches Magic Artwork. Eine sehr gute Karte. Furchtbare Karte. Für viele, wird viel in dessen Textes gespielt. Wundervoll, gefällt mir sehr gut. Ich hasse die Karte. Aber ich hasse deine Texte auch. Trifft sich gut. Dann sind wir bei dem Platz 1. Jawohl. Eine fehlt noch. Ja, und ich... Wollen wir es auf 3 sagen? Nein, ich sage jetzt zuerst, warum das ich... Das Argument, was für deinen Platz 2 ist, habe ich für die Platz 1 auch, nur ist sie halt einfach besser. Eine 3-1, die angreift, aber die macht halt auch was. Deswegen haben wir es auf Platz 1. Die Sache ist, bei der, wie oft du dich halt einfach selbst mit der Target... Ich wollte es gerade sagen, das mache ich so oft immer noch. Das ist der Grund auch, warum die... Ja, und wie oft du einfach nichts wegnimmst vom Gegner. Reine Information. Also es ist Ventilium-Klick, damit ich es auch einblenden kann, wie es echt... Ich hätte es jetzt einfach nicht gesagt. Ich wage zu behaupten, dass die Leute zu oft eine Karte wegnehmen, auch wenn sie es nicht sollten. Ja, einfach weil sie es gierig sind. Aber es ist oft besser, es hat einfach nichts zu tun, die Information zu behalten. Aber in dem Zeitpunkt, wo du die richtige Art wegnehmen kannst, ist es halt einfach so gut. Ja, natürlich. Dann ist es... Wenn du sie richtig nehmen kannst... Ich weiß nicht, wie oft ich Mass-Removal wegnommen habe. So drei Flyer und du hast ein Verdict, du hast keine. Das ist aber eine geile Karte. Ja. Und auch ein gutes Artwork. Ja. Ja, und hat nämlich... Na, das originale Artwork gefällt mir gar nicht so gut. Das neue Film auch besser, das Modern Horizons Artwork. Und das Judge-Promo Artwork war auch sehr geil. Die hat nur gute Artwork sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausschaut. Aber ja, coole Karte. Und wir sind uns mal einig auf einem Platz 1. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, was das letzte Mal vorgekommen ist, dass wir alle drei dieselbe Karte auf Platz 1 hatten. Weiß nicht, Chester Mines-Karte bei Planeswalker oder sowas. Aber das war unsere gemeinsame Liste. Ja. Ja, so ist das. Es ist halt einfach die beste Serie. Es ist einfach die beste Serie. Die beste, ja. Ich spiele es noch immer in Modern. Es spielt keiner außer mir in Modern. Und ich habe gesagt, oh, das ist aber eine gute Karte. Du spielst du noch? Ich sage, ja. Es wird manchmal noch gespielt und auch in den Elternformaten. Also vor allem, wie alt die Karte noch schon ist und als Kreatur, dass sie immer noch gespielt wird. Das spricht dann auch für die Karte. Ja, weil halt gute Stats drauf sind. Der Effekt ist gut. Ja. Und du kannst halt selber noch immer deinen eigenen Schatz weglegen, den du nicht brauchst. Und du musst ihn nicht herzeigen, dafür nehme ich. In Highlander, wie oft? Doch, du musst ihn herzeigen, weil es hat eine Condition. Du musst die Karte herzeigen, habe ich nicht deine Karte. Ja, die Karte. Ja, und das geht es halt. In Highlander, dieser Softlock mit Karakas, das ist auch schön, I like it. Bash für drei, Bounce, schauen wir mal an. Okay, kannst behalten. Bash für drei, Karakas schon mit der Hand. Ich finde auch, es gibt bei Vanillen, dass die Leute das teilweise falsch spielen, weil sie immer darauf warten, bis die Karte nach dem Drawstrip gezogen wird. Oft ist das nicht die richtige Entscheidung. Oft ist es einfach End of Turn, ich schaue an, was passiert. Nicht, ich warte ab, und vielleicht war ich, aber lieber End of Turn, schauen, was passiert. Lieber safe. Und dann für drei Bashen. Yes. Ja, wir sind durch. Wir sind uns einig. Jawohl. Vielen Dank für eure, ähm, wieso, wie soll ich sagen? Anteilnahme. Nicht, für eure objektive Sichtweise, dass diese Karte, so wie meine objektive Sichtweise, die korrekt ist natürlich, diesmal auch eure ist. Euch danke fürs Zuschauen, ihr könnt es mir immer liken, subscribe und kommentieren auf Facebook und YouTube, unserem Discord-Server beitreten, unserem YouTube-Channel folgen, unserem Instagram-Channel folgen, das Glockensymbol anklingen, klicken, uns im nächsten Video sehen oder im Spielraum in Wien. Bringt sie mal einen Husten-Zuckerl vorbei. Nein, ich brauche keinen Husten-Zuckerl. Auf Wiederschauen. Ciao, boba. Vor Weihnachten. Ich weiß ja, was released wird. Ach so. Es ist kurz vor Weihnachten der Release. Vor Weihnachten. Aber wir so warten.